du hast ihn gleich weg gemetzelt ja ja schon ruhig da gleich wieder an den großen wachs markiert oder ist ja schon das geht aber ganz gut bei mir nicht so gut jetzt ich habe mir die saaten mama weggemacht ich sage mal saaten mutter sehr schwamm mutter noch eine oma am dach jetzt ruhe oh man die wollte es aber wissen die wusste es auch die hat mich ganz schön zerfleddert oh nein jo sehr gut lad nochmal schön auf hier genau haben sie den irgendwie schwächer gemacht das kann sein der aber ich fand die auch der war mal richtig extrem hier sind bestimmt hunde ich habe ja da ist er schon hund platt der eine hoffe ich doch oder ja sieht so aus ich fand auch der im ort klar der war irgendwie mal stärker ja mal gucken bis wir uns das nächste mal wieder nur das sage ich auch mal ganz gerne also sagen wir sie sind aber leicht heute und dann sagt kommt dann um die ecke gleich gestorben und dann um die ecke gleich gestorben dass ist ja ja oh für ein selber spritzt ja noch ein bisschen rotes blut raus wenn man dem mess hat so wenn ich aber zugucke sehe ich immer nur so ein paar federn irgendwie also jedenfalls das sieht so aus als wenn du ein stück asche auseinander nimmst ja der sieht ja auch so aus so ziemlich zerfleddert auf jeden fall aber das sieht auch echt cool aus finde ich auch schon wieder ist das immer noch wieder noch eins hier drinnen ja das bau warte mal ich hab eine dynamit stange sogar eine fette alter ich glaube das war es ja hier ist noch einer das ist gut kann doch nicht durch so jetzt umgefallen jetzt kann ich erst mal nach irgendeine saaten mutter jetzt hat er mich angezündet der assi ich habe ihn gekillt ich gesagt so nicht freundchen so nicht schade ist kein feuerlöscher gibt jetzt komme ich hier nicht durch weil sie überall brennt und deshalb gehe ich mal hier durch ja kleiner umweg oder rechts wird irgendwo geballert das bestimmt hier wieder in seinem waggon drin ja ja ich habe es gefunden ausgezeichnet wunderbar dann haben wir den schon mal aufgedeckt wo sehr gut wenn wir dahin sind dann können wir gleich nachher dass der moichler der ist ja der schlechter gefällt mir besser ja finde ich auch verbinde mich mal ja so sehr gut das kann sogar sein dass der schon bekämpft wird die hier schon so fett rum ballern ja ddd ddd oh ja ich glaube die ballern auf den ja das sind welche drin so schön oh scheiße warte da oben leuchte herum der meuchler ja ich bin gerade so ein grafikfehler wieder gehabt in der wand habe ich gesehen wo der umland gelaufen ist hier gibt es eine treppe ich gehe mal hier hoch also so eine leitung falls ich gleich tot runter fliege ist was reingeworfen die haben mich die haben gesehen dass ich komme und haben gucken ob ich das hier auch durchs fenster rausspringen ja ich muss ich bin direkt links neben dir durch das hier jetzt war ich erschossen aber das war so ungeschickt das ist ja kein wunder alter geil hat überlegt mal du hast den angezündet und drauf geschossen und trotzdem er unter dass die aus der immer noch ein headshot gehen wie macht wie das denn der hat mir